Das ist das McDonalds Flugzeug. Die Geschichte hinter diesem, die schauen wir uns heute einmal gemeinsam an. Liebst auch du McDonalds? Dann abonniere jetzt unten meinen wunderbaren Kanal, um keine weiteren Infos mehr über McDonalds zu verpassen. McDonalds hatte in den 90ern einfach die coolsten Ideen. Eins davon, das war das McPlane. Ein knallrotes McDonalds Flugzeug mit McDonalds Schriftzug auf dem Rumpf und einem großen M auf dem Seitenruder. 1996 setzte die Schweizer Airline Crossair in Zusammenarbeit mit dem Reisekonzern Hotelplan und eben McDonalds dieses Flugzeug ins Leben. Eine McDonald Douglas MD83. Über den Reiseveranstalter Hotelplan wurde eben damals im Reisebüro oder per Telefon die Reise gebucht. Durchgeführt wurde der Flug mit Crossair. Und selbstverständlich, was darf nicht fehlen bei einem McDonalds Flugzeug? Richtig, das McDonalds Essen. Es gab Klassiker wie den Big Mac, aber auch Cheeseburger, Hamburger und natürlich auch Chicken Nuggets. Selbst die, die durften nicht fehlen. Nur eben Pommes nicht, die gab es nicht. Die konnte man aber auch sehr schlecht in so einer engen Bordküche servieren. 161 Sitzplätze hatte das McPlane. Alle im typischen McDonalds rot gehalten mit McDonalds Kopfstützen. Für Kinder das absolute Highlight der Besuch im Cockpit. Ich glaube heute wohl undenkbar. Und mit dem McPlane ging es dann eben in den Urlaub. Ziele rund ums Mittelmeer, die wurden angesteuert. Aber auch Paris oder Wien, die waren auch dabei. 11 Urlaubsziele hatte das McDonalds Flugzeug. Wie lange das Flugzeug flog, ist jedoch unklar. Was man weiß, 2002, da ging das Flugzeug an die Swissair über. Das war das Ende des McDonalds Flugzeug. Ich wäre zu gerne mal mit diesem Flugzeug in den Urlaub geflogen. Wollt ihr gerne mal in ein McDonalds Flugzeug essen? In Neuseeland. Da gibt es wirklich ein McDonalds Flugzeug. Mehr dazu hier oben rechts. Und das war die Geschichte hinter dem McPlane. Und ich wünsche euch noch einen Bigtastischen Tag. Bis bald.